So, heute widmen wir uns einem Betriebssystem, welches von euch bereits schon mehrfach angefragt und gewünscht wurde. Jetzt ist es endlich soweit. Neptune OS, ein Betriebssystem eines deutschen Entwicklers. Ob es was taugt oder auch für jedermann geeignet ist, das finden wir jetzt raus. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem namens Neptune. Neptune ist ein Betriebssystem eines deutschen Entwicklers und basiert auf Debian Stable mit KDE Plasma Desktop. Das erstmal kurz und knackig zusammengefasst. Das war aber nicht immer so, denn der Vorgänger von Neptune OS hieß 7OS. 7OS wurde erstmals gegründet 2008 und bis Ende 2014 hieß das Betriebssystem auch 7OS und zwischenzeitlich dann auch 7OS Neptune Edition. Und Ende 2014 kam dann auch die Goodbye Edition von 7OS 6.0, wo dann der Entwickler quasi nochmal einen neuen Kernel und so weiter mit reingebracht hat. Und direkt im Anschluss kam dann auch Neptune 4.0 mit neuer Homepage. Dass danach nicht Neptune 4, äh, dass danach nicht Neptune 1 irgendwie gestartet, sondern gleich mit der Version 4.0 gestartet wurde, lag daran, dass Neptune tatsächlich schon parallel mitentwickelt wurde. Das sieht man dann auch hier. Ich habe hier in Wikipedia, das ist ja nicht Wikipedia, das ist Inklupedia Eintracht gefunden, wo dann die Versionen von Neptune OS mal aufgelistet wurden. Und erstmalig wurde Neptune OS, also nicht 7OS, sondern wirklich Neptune OS 2009 schon entwickelt. Und es ist dann zusammen mit 7OS Neptune 2.0 gekennzeichnet worden im Oktober 2011. So, das wurde dann auch regelmäßig mit den ganzen Versionen auch immer weiter vorangetrieben. So, bis hier war dann 2014. Das ist dann It's All About You, das ist dann Neptune 4.0. Das ist dann wirklich ein kompletter Standalone-Release dann gewesen. Und in diesem Jahr 2014, hier sieht man ja noch einige Weiterentwicklungen, dann ist dann 7OS wirklich komplett abgelaufen. Also, nach der Version 6 kam auch nichts mehr weiter hinzu. So, und dann sieht das alles so ein bisschen spärlich aus. Also, 2015 wurde dann eine 4.4-Version herausgebracht mit dem Kernel 3.18 und noch ein paar anderen Sachen. Und erst, ja, ein halbes Jahr später wurde der Kernel auch gar nicht wirklich geupdatet, sondern es wurde nur quasi ein Patch gemacht, ein Kernel-Patch quasi. Und dann wurden noch ein paar Sachen aktualisiert. Und dann erst wieder über ein Jahr später, also anderthalb Jahre später, wo kam eine nächste Patch-Version raus, von der Version 4.5 auf die Version 4.5.4. Über ein Jahr, anderthalb Jahre. Und selbst da wurde der Kernel immer noch nicht geupdatet. Der blieb auf der Version 3.18 LTS, bis dann endlich im März 2018 eine neue Version herausgekommen ist, nämlich die Version 5.0. Und hier wurde dann auch im Laufe der Zeit, im Jahr 2018, gab es dann mehrere Releases und da ist dann auch der Kernel mal immer mit geupdatet worden auf 4.17 und 4.18. Ist klar, man möchte den Kernel quasi LTS halten als Long-Term-Supporter. Er soll nicht der neueste Kernel sein, das ist richtig. Aber nach anderthalb Jahren immer noch ein und dieselbe Kernel-Version zu nutzen, es ist dann doch schon, boah, hat ein Geschmäck, wie man so schön sagt. So, im August 2019 kam dann die Version 6 raus mit einem etwas neueren Kernel, immer noch der Kernel 4.19 oder ein 4.4er-Kernel, 4.19. Und erst im Juli 2020 wurde dann ein Release 6.5 rausgebracht mit dem Kernel-Version 5.6 und erstmalig UEFI-Unterstützung. Das kam tatsächlich erst ziemlich spät dazu, vorher war es tatsächlich Legacy-Bios-Unterstützung, hier dann erstmalig UEFI. Und im Dezember letzten Jahres, quasi zu Weihnachten, kam dann die Version 7.0 quasi raus und diese basierte dann ausschließlich auf Debian 11 Bullseye und bekam auch ebenfalls wieder einen, ja, neueren Kernel. Ich glaube, der 5.10 war tatsächlich ein Generic-Stable-Kernel, kein LTS, aber ein Stable-Kernel. Und ja, und jetzt kam, wie es kommen muss, die Version 7.5 raus, vor kurzem hier 19.8. Wir haben jetzt hier den 28., also gar nicht so lange her, basierend auf Debian 11.14 und ebenfalls wieder eine etwas neuere Kernel-Version. Ich selber nutze den LTS-Kernel, hier oben sieht man ja 5.15, das heißt, der Neptune 7.5-Kernel ist tatsächlich sogar aktueller als mein Arch Linux LTS-Kernel. So, wir können ja mal schauen unter Kerne.org, was der aktuellste Kerne so ist. Wir sind jetzt bei 5.19 und ja, hier steht auch 5.18.19, das ist ein Stable-Kernel, ist aber End-of-Life, zumindest laut Kerne-Archiv. Und das ist durchaus bedenklich, weil End-of-Life bedeutet, dass dieser Kerne nicht mehr weiter gepatcht wird. Der kriegt keine Sicherheits-Updates mehr und nichts. Das heißt, hier muss dann der Entwickler von Neptune OS entsprechend nachreichen und zum Beispiel auf eine nächsthöhere Kerne-Version gehen oder ja, auf einen LTS-Kernel halt, ne, irgendwie setzen. Deswegen, die Entscheidung mit dem Kerne auf die 5.18 erschließt sich mir nicht so ganz, besonders deshalb, weil man ja eben auf Debian Bullseye setzt, bleibt erst mal abzuwarten. So, hier fehlt ein Bild, das ist irgendwie Timeshift, ist jetzt wohl neu mit inkludiert und das Bild zu Timeshift ist irgendwie noch nicht mit hinterlegt worden. Aber das ist überhaupt nicht so schlimm. Gut, dann, was mir aufgefallen ist hier, ich gucke bei neuen oder bei Betriebssystemen, gucke ich immer gerne auf so, ja, Repositories zum Mitwirken, sage ich mal. Quellcode, irgendwie eine GitHub oder ein GitLab oder irgendwas, konnte ich hier überhaupt nicht finden. Ich weiß, das heißt, der Entwickler entwickelt das Ganze bei sich zu Hause tatsächlich auf seinem eigenen Rechner nur, ja, und veröffentlicht das Ganze lediglich. Selbst bei Download habe ich zwar die Möglichkeit zu spenden, aber es gibt dann tatsächlich lediglich ein reiner Download direkt von der Neptune OS-Seite oder, ja, hier ist sogar noch ein Mirror, ein zweiter Mirror, ebenfalls in Deutschland. Also das wirkt, ich würde schon gerne in den Quellcode und so weiter mal reingucken, gerade bei Sachen, die der Entwickler selber erstellt hat. Das ist hier leider nicht möglich. Das finde ich ein bisschen schade. Möchte dem Entwickler jetzt hier aber nichts Böses unterstellen. Wenn ich noch schaue über Neptune, kann ich ja auch schauen, was Neptune überhaupt ist, was deren Ziele und so weiter ist, soll halt, wie bei den meisten, eine einfache, vollständige Distribution, eine stabile Distribution mit haufenweise Zeugs drauf für Multimedia und neuer Generation von Nutzern sein. Hauptfokus ist out of the box, also einfach zu installieren und alles ist schon da. So, wenn ich jetzt hier bei Neptune Entwickler schaue, steht hier, Neptune wird von einem Drei-Mann-Team erstellt. Und allerdings, wenn ich auf Englisch umschalte, steht dann hier auf einmal nur noch, ist ein Two-Man-Team. Ist also ein Zwei-Mann-Team. Das ist, wurde einer wahrscheinlich schon gekickt. So, und dieses Zwei-Mann-Team oder selbst Drei-Mann-Team ist natürlich ein bisschen wenig, weil es gibt dann den einen Entwickler, der Hauptentwickler nehme ich mal an, der auch im Impressum hier steht, der Leszek Lesner. Der wird wahrscheinlich die Hauptentwicklung machen, während die Webseite zum Beispiel oder die Pflege der Webseite durchaus von jemand anders auch gemacht werden kann. Das wird dann die zweite Person sein. Und dann gibt es ja hier auch noch ein Forum. Und wenn ich hier auf das Neptune OS Forum gehe, habe ich eigentlich keinen weiteren Admin gefunden, außer den Leszek selber. Deswegen könnte man fast sagen, es handelt sich hierbei ebenfalls um ein Ein-Mann-Projekt. Und Ein-Mann-Projekte sehe ich persönlich immer sehr, sehr kritisch. So, gut, sei es drum. Ich lade das jetzt hier mal runter. Gehe jetzt hier auf ISO herunterladen. So, ich habe jetzt hier meine virtuelle Maschine schon angeschmissen. Bin hier durch ein paar Standardeinstellungen gegangen. Ich habe wieder sechs CPU und meine 8 GB RAM-Speicher zur Verfügung gestellt. Alles andere kann so bleiben. Da KDE Plasma als Desktop mit inkludiert ist, empfehle ich auf jeden Fall den Wirt.io Treiber zu nehmen und nicht QXL. Da es bei QXL immer so ein paar Problemchen bei KDE Plasma gibt, was die Auflösung betrifft. Die Auflösung wird meistens nicht gehalten. Und ja, ich werde das Ganze als UEFI installieren. Und dann wollen wir mal gucken, wie einfach die Installation geht. So, hier haben wir dann den Bootloader. Ich weiß nicht, ob das Grub ist. Sieht mir eher aus nach einem Standard System-D-Loader oder Lilo. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, direkt schon auszuwählen, ob ich Neptune Live Deutsch oder Englisch wählen möchte. Und da gehe ich natürlich auf Deutsch. Das finde ich sehr, sehr schick. Sehr, sehr gut. Ja, und schon sind wir auch drin. Auf der Live-Umgebung, Live-Oberfläche ist alles auf Deutsch eingestellt, so wie es aussieht. Und ja, außer hier Home. Gut, Home kann so bleiben wahrscheinlich. Install Neptune, das ist auf Englisch, das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Ich möchte mal sehen, was das genau ist. So, das ist der Calamares Installer. Okay, sehr gut. Calamares ist immer gut. Ich werde jetzt die Auflösung nicht extra anpassen. Wir lassen das jetzt einfach so für die Installation. Reicht das schon aus? So, dann hat er nicht erkannt. Berlin ist hier richtig. Und Tastatur ist Deutsch. No Dead Keys. Das kann so bleiben. Und hier kann ich jetzt auswählen, welche Partition ich habe oder wie ich die Festplatte haben möchte. Schade auch, dass hier eine Swap-Partition quasi erzwungen wird. Auch hier wird dann die Root-Partition mit EXT4 formatiert. Man hat hier also auch nicht die Auswahl, zum Beispiel ButterFS zu nutzen oder Ähnliches. So, dann können wir jetzt hier einfach mal schnell den Namen eingeben. Das ist Neptune OS. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Und das soll auch dasselbe sein für das Admin-Konto. Dann einmal weiter. Hier wird nochmal alles zusammengefasst und installieren. Und das ist halt das Schöne am Calamares Installer. Der ist auch für die Entwickler eine sehr, sehr, sehr gute Hilfe, da der wirklich viele Sachen automatisiert und alles extrem vereinfacht. Gut, dann heißt es jetzt abwarten, bis die Installation durch ist und dann starten wir das System neu. Und wie du gesehen hast, fünf Minuten hat es gedauert und schon ist die Installation durch. Wir können den Neustart durchführen. So sieht dann der Bootloader aus. Das ist natürlich sehr, sehr schön gestaltet. Also finde ich wirklich gut. Und schon können wir uns hier einloggen. Wir haben hier SDDM, den Login-Manager für KDE Plasma. Und hier gibt es tatsächlich noch ein paar andere Sachen, wo man sich einloggen kann. Unter anderem Gnome 2. Das werde ich mal schauen, ob ich das noch ausprobiere. Ob ich das nicht vergesse. Und eine schöne Login-Animation. Genau, mit einem Begrüßungston. So, jetzt gehen wir mal in die Einstellungen als erstes. Systemeinstellungen. Anzeigeeinrichtungen. Und dann Full HD. Und los geht's. So, jetzt haben wir das Ganze hier nämlich auch geschärft. Und ja, das ist ein Standard-Desktop, wie man das so eben kennt. Wir haben ein paar Symbole auf unserem Desktop. Zum einen den Home-Ordner. Ja, und einmal Discover, was im Prinzip der App-Store ist für KDE Plasma. Ob der jetzt schön ist oder nicht, das muss jedem selbst überlassen. Ist für mich, ich finde den jetzt nicht so Bombe. Also da muss ich sagen, ist der App-Store von Gnome deutlich besser. So, hier sind schon ein paar Aktualisierungen verfügbar. Das können wir dann gleich später machen. Als allererste schauen wir uns hier unten noch die Leiste an. Die ist sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben hier rechts die Uhrzeit und Netzwerk und Lautstärke, wie man das eben so kennt. Und hier bei diesem kleinen Pfeil noch ein paar zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel Zugriff auf die Zwischenablage oder auch Redshift oder Nachtfarben. Dann haben wir hier ein paar angepinnte Anwendungen. Wir sehen unter anderem den Chromium Web Browser. Das ist der Standard Browser, der hier installiert ist. Man hat also auf Firefox verzichtet, sondern und zwar lieber den Chromium Web Browser genommen. Ich kann jetzt mal schauen, welche Version wir hier haben. Das ist die 104 und somit quasi die aktuellste Version, die es von Chromium aktuell gibt. So, dann haben wir hier Thunderbird als E-Mail-Client. Auch Thunderbird hat ja ein riesengroßes Update jetzt bekommen. Und wir können ja mal schauen, ob denn Thunderbird dieses Update bekommen hat. Nein, noch nicht. Hier ist immer noch die in Anführungsstrichen ältere 91.12 Version. Denn die aktuellste oder die neueste Version ist die 102.2, glaube ich. Ja, mit zahlreichen neuen Features und neuen Funktionen und auch optisch vom Design her viel besser. Wobei man jetzt sagen kann, auch die Version 91 ist jetzt nicht die schlechteste. Es gab schon schlechtere Versionen. So, dann haben wir, ja hier ist auch nochmal Dolphin. Das ist der Standard Dateimanager für KDE Plasma. Damit kann man sich dann im Prinzip durch das gesamte System navigieren. Ein sehr schönes, stabiles Programm. Hier haben wir auch nochmal Discover. Dann ist der VLC Media Player hier vorne angeheftet. Dieser ist also auch standardgemäß installiert, was ich sehr gut finde. Denn der VLC Media Player ist wirklich einer der besten Audio Player, die es eines Erachtens gibt. Open Source. Und die Systemeinstellungen sind auch gleich hier unten ebenfalls verfügbar. Auch das ist super, denn so kann man gleich mal auf die wichtigsten Sachen drauf zugreifen. Hier an der Seite sehen wir noch vier Bildschirme. Das ist im Prinzip, ja das sind die Arbeitsflächen. Da kann man dann zwischen den verschiedenen Arbeitsflächen halt dann hin und her schalten, wie man das dann so möchte, wenn man das dann braucht. Aber ich glaube, wer eine Desktop-Umgebung verwendet, braucht Arbeitsflächen meistens gar nicht so sehr. Bei einem Fenstermanager sieht das anders aus. Da ist man dann auch die Arbeitsflächen dann tatsächlich auch angewiesen. Das machen wir mal weiter. So, dann haben wir hier das KDE Plasma Menü, das Excalibur Menü, wie man so schön sagt. Da haben wir dann hier wahrscheinlich die meistgenutzten oder die häufigeren. Und hier haben wir das Ganze dann nochmal kategorisiert. Und ich gehe einfach mal hier durch. Wir haben hier LibreOffice. Die komplette LibreOffice Bibliothek ist drauf. Und wir schauen gleich mal nach über. Und das ist die Version 7.0, die hier drauf ist. Und Ocular ist der Standard-PDF-Viewer quasi. So, Dienstprogramme. Wir haben eine Emoji-Auswahl. Die ist standardgemäß mittlerweile bei KDE Plasma mit dabei. Wünsche ich mir eher so bei Gnome auch. Das ist jetzt hier alles irgendwie falsch dargestellt. Ich nehme mal an, dass mir ein paar Schriftarten fehlen, um diese richtig darzustellen. So, dazu einfach sudo apt-update erst mal durchführen. Die Paketlisten aktualisieren. Und dann sudo apt-install. Wir haben ja Debian, deswegen können wir hier apt benutzen. Und dann gibt es ein Font. Das nennt sich Fonts Noto Color Emoji. Okay, wir werden mal schauen, ob wir das installiert kriegen. So, und der zweite oder der Reboot, der ging dann wirklich schneller als das erste Hochfahren. Also es ging jetzt wirklich rucki zucki. Und mal schauen, ob wir das jetzt hier haben. Und et voilà, hat geklappt. Jetzt haben wir die farbigen Emojis. Und die sind halt auch alle da. Wenn man hier auch sieht, die Flaggen sind da. Ja, das ist alles. Es gibt also keine weißen Kästchen mehr. Es ist wirklich alles vollständig verfügbar. Das sind also die Noto Emoji Fonts. Die heißen bei Debian Buster eben Noto Color Emoji oder so ähnlich. Einfach mal danach googeln. Gut, dann hätten wir das Emoji Problem gelöst. So ein ISO Image Writer haben wir hier. Das Latte Doc können wir aktivieren. Latte ist also hier quasi inkludiert. Hier unten haben wir es jetzt. So, dann Archivverwaltung CATE. Das ist ein Schreibprogramm, Taschenrechner und so weiter. Das sind die üblichen Verdächtigen. Wir haben hier einen Grub Customizer. Dieser war auch dafür verantwortlich, dass wir so ein schönes Grub Menü haben. Von der Darstellung her, hier gibt es dann noch diverse wunderschöne Themes quasi, die man dafür nutzen kann. Dann haben wir unter Entwicklung noch die Entwicklungsumgebung für Qt 5 und so weiter. So, bei Grafik, unter Grafik haben wir ein paar Sachen schon vorinstalliert. Unter anderem eben Gimp. Mit einem eigenen Splash-Screen quasi. Aber ich nehme mal an, dass Gimp 2.10, das ist eine recht aktuelle Version, ist also sehr, sehr gut, dass Gimp schon vorinstalliert ist. Aber ebenso auch Inkscape, wobei Inkscape meines Erachtens gar nicht so häufig genutzt wird von den meisten, sondern wirklich nur von Leuten, die eben mit Vektorgrafiken arbeiten wollen. Ich finde, Inkscape muss nicht zwangsläufig vorinstalliert werden. So, ansonsten noch den K-Colored-Chooser. Das ist also KDE-Plasma-Programme, die schon vorinstalliert sind. So, bei Internet, da ist tatsächlich der Konkurrent mit drauf. Und das ist ja wirklich eine Rarität aus uralten Zeiten. Das sieht man hier auch schon am Design. Das ist noch das wirklich ganz alte KDE. Den weiß ich nicht, ob ich den empfehlen kann. Den Konkurrent zu benutzen, weil ich glaube nicht, dass der jetzt der sicherste, beste Browser ist für das Internet. Chromium Webbrowser, der ist ja standardgemäß jetzt hier vorinstalliert. Ich glaube, der ist dann doch eher geeignet, um im Internet zu surfen. Also es ist noch Conversation oder Conversation ist hier mit drin. Das ist im Prinzip so ein Chat-Client. Und dann haben wir auch ein X11 VNC-Server gleich mit drauf, sodass man dann im Prinzip auf andere Rechner drauf zugreifen kann. So, beim Multimedia ist mit drauf Amarok. Amarok finde ich sehr, sehr schade, dass das so selten geworden ist, dass der so selten mit vorinstalliert ist. Amarok war wirklich seinerzeit ein Urgestein und durfte einfach nicht fehlen. Das war quasi die absolute Alternative zu iTunes, weil unser Linux gab es ja iTunes sowieso nicht. Und Amarok hat im Prinzip alles das gekonnt, was iTunes eben auch konnte. Und deswegen, ja, schade, dass man das so selten sieht. Sehr schön, dass der Entwickler das hier mit reingebaut hat. Ador 6, auch hier ist wieder die große Frage, ist es notwendig, dass man das in einem Betriebssystem vorinstalliert? Denn Ador ist schon was ganz Spezielles quasi. Machen wir mal hier eine Recording-Session, öffnen und Start. So, und zwar ist das eine sogenannte DAW, das heißt eine Digital Audio Workstation, wie man hier sieht. Und erinnert so ein bisschen an FL Studio oder Fruity Loop Studio. Man kann hier tatsächlich Musik produzieren. Man kann direkt verschiedene Plugins einbinden, VST-Plugins einbinden, die es dann auch für andere DAWs gibt, die man auch in den kommerziellen DAWs so kennt, wie Isotope und so weiter oder Digital Piano und so weiter und so fort. Das kann man alles einbinden und man kann hier ganz normal Recording machen. Und das Ganze lässt sich dann am besten auch administrieren über die Audioschnittstelle Jack. Das ist aber ein Thema, mit dem ich mich leider nicht so sehr auskenne. Da muss man wirklich tief in der Materie stecken, um das zu verstehen, wie Jack im System dann funktioniert. Und dann lässt sich das auch hier wunderbar mit Ador bedienen. Ja, schön, dass es drauf ist zum Kennenlernen, super, aber ich glaube, das wäre auch eines der ersten Sachen löschen. Das wäre auch eines der ersten Sachen, die ich dann sofort auch wieder deinstalliere, weil sie natürlich auch ein bisschen Platz wegnehmen. Okay, so, wir haben dann als nächstes Camoso, das ist so eine Webcam-Anwendung. Caden Live, ebenfalls ein Video-Editor. Hier ein Videoschnittprogramm im Prinzip. Das ist im Prinzip auch das, was ich hier verwende, um dieses Video hier zu erstellen und zu schneiden. Caden Live ist auf jeden Fall eines der besten Videoschnittprogramme aller Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat hier und da seine kleinen Babykrankheiten, aber mit jedem Update wird es quasi auch immer besser, auch vom Rendering her, von der Rendergeschwindigkeit jetzt im letzten Update wieder deutlich besser geworden. Gut, man merkt dann, wo der Entwickler dann wahrscheinlich auch hinaus will. Er möchte dann wahrscheinlich auch dieses Betriebssystem Neptune, gerade für Leute, die sich eben mit diesen Entwicklungen, Audioentwicklungen, Videoentwicklungen befassen, bereitstellen und da entsprechend schon alle notwendigen Sachen vorinstallieren. Ja, hier haben wir dann FFmpeg Rack. Das ist quasi auch zum Erstellen und Aufnehmen und Screen Capture und so weiter. Dann gibt es Encode. So, Encode ist ein Programm zum Umwandeln von Dateiformaten. Man kann zum Beispiel von AVI in MPEG umwandeln zum Beispiel, ja, oder von AVI in MP4 oder und so weiter. Da kann man dann hier auswählen, welches Containerformat man das zum Beispiel umwandeln möchte, zum Beispiel nach WebM. Ja, man nimmt hier eine Quelldatei. Das kann zum Beispiel eine MP4-Datei sein. Möchte ich nach WebM umwandeln, dann kann ich hier das noch einstellen. Und ja, und hier speichere ich das dann ab, drücke auf Encode und fertig. Also ein klassischer Encoder, wie man so schön sagt. So, hier haben wir Q-Jack-Control. Das ist das, was ich vorhin sagte, mit Jack-Audio-Connection. Das ist dann gerade, wenn man eben diese Audio-Anwendungen macht, wie zum Beispiel A-Duo oder wenn ich Audacity noch dazu verwende und hier verschiedene Audio-Geräte anschließe an den Rechner, dann möchte ich, dass das alles über Jack-Audio-Connection-Kit administriert wird. Da kann ich dann hier Steckfelder, da kann ich dann die Anschlüsse entsprechend miteinander verbinden, welches Gerät jetzt wie, wo rein und wieder raus geht und worüber erkannt wird und worüber nicht. So, wie gesagt, das ist aber alles Raketenwissenschaft. So, und dann haben wir hier noch Xyayedo, Right-Click. Das sieht mir ganz nach einem Video-Abspielprogramm aus, welches ebenfalls hier seine Informationen auch über MIDI oder auch Jack holt. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man Musikvideos erstellt oder Visuals für, also Audio-Visuals erstellt, kann man das dann als Referenzbildschirm dann quasi nehmen und kann über Jack-Control oder Jack, ja, über Jack oder auch über PortMidi, kann man das Ganze dann synchronisieren und hier dann entsprechend sich dann als Vorschau anzeigen lassen. Ist also dann doch sehr sinnvoll, wenn man A-Dur zum Beispiel verwendet oder eben auch andere Audio-Software. Gut, dann Spiele, haben wir noch ein paar Breakout, Mayong und K-Minds. Das ist okay, so ein bisschen dattend für zwischendurch. Dann unter System gibt es dann noch ein paar Sachen. GM-Run, das ist quasi ein Runner, wenn man es so sieht. Aber dazu gibt es ja auch den K-Runner, wenn ich mich nicht irre, der müsste ja hier auch wahrscheinlich drin sein. Dann die Muon-Paketverwaltung ist hier mit drin. Ist quasi ein Paketmanager, der ähnlich wie die Synaptik-Paketverwaltung fungiert, nur direkt von Plasma eben kommt und nicht von Abt. Timeshift ist ebenfalls mit dabei. Timeshift läuft dann aber hier natürlich nur über R-Sync, weil ja leider kein ButterFS-System hier verfügbar ist. Timeshift macht sich natürlich am allerbesten über ButterFS, aber man kann natürlich Timeshift auch so verwenden. Dann kann man hier einen Snapshot machen und dann geht es seinen Gang. So, dann gibt es noch den K-Wallet-Manager, dann Yaquake. Hier, wenn man Yaquake öffnet das erste Mal, dann wird hier auch eine Tastenkombination angezeigt, ein Kurzbefehl. Das kann ich auch so bestätigen. Ja, mit F12 kann ich das dann ein- und ausfahren. Wenn Yaquake hier unten gestartet ist, dann läuft das im Hintergrund quasi. Ja, dann kann ich hier zum Beispiel mal ganz fix ein Terminalbefehl ausführen. So, H-Top ist ebenfalls noch mit drauf und hier kann man dann schauen, wie denn so die Performance gerade ist, welche Prozesse gerade laufen und wie die Auslastung ist. 1,2 Gigabyte läuft jetzt hier quasi im RAM. Gut, ist kein Wunder, ich habe jetzt hier eine ganze Menge gemacht und rumgeklickt und geöffnet und wieder geschlossen. So, LibreOffice Math ist hier mit drin, Mathematik und dann die Energieverwaltung und Sitzungen sperren. So, ist also eine ganze Menge, was hier mit dabei ist. So, dann können wir jetzt noch mal schauen, wie genau die Kernelversion ist mit YouName. Minus, ja, machen wir ruhig Minus A, dann wird alles angezeigt. So, da haben wir hier eben den Neptun OS Kernel 5.18.0. Das ist quasi ein selbst erstellter, generischer Kernel direkt vom Entwickler. Und ja, da sieht man, der ist von Juni 2022. Kann man halt nur hoffen, dass der trotzdem irgendwie gepatcht wird vom Entwickler. Dass der Nutzer hier eines Neptun OS Betriebssystems auch entsprechend die Sicherheitspatches bekommt. Die zum Beispiel das Kernel.org-Team eben auch rausbringt. Ja, wie schon festgestellt, die Version 5.18 ist offiziell schon EOS. Also Out of Support oder End of Life EOL. So, Aktualisierung des Systems kann man natürlich nach wie vor hier über Sudo Update und Upgrade machen. Oder man klickt hier einfach unten auf dieses Symbol drauf, macht einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich Discover und dann kann man hier sämtliche Sachen aktualisieren. So, hier werden auch noch mal die Linux Headers und so weiter geupdatet. Auch hier wird ein Linux Image Update gemacht. Das ist gut. 5.18.14. Das heißt, hier wird tatsächlich dann auch der Kerne geupdatet. Ja, das werden wir mal durchführen. Allerdings werde ich das Ganze hier rüber machen, über die Konsole, sudo update und hold sudo update-upgrade, damit das Kernelupdate ebenfalls durchgeführt wird. Und das können wir gleich hier bestätigen. Und dann mal durchlaufen lassen. So, Update ist durch und jetzt müssen wir das System einmal neu starten. Das ist auf jeden Fall immer notwendig, wenn ein Kernelupdate durchgeführt wird, dass man das System einmal komplett neu startet. So, jetzt können wir noch mal unname-a einfach machen und jetzt sehen wir hier 5.18 und dann Depp 11.3. Jetzt hat sich das hier quasi geändert und diese Kernelversion ist vom 28.07. und ist jetzt quasi ein Monat alt. Ist jetzt also nicht das Älteste. Ist völlig in Ordnung. Installation von Software lässt sich natürlich wieder ganz normal durchführen. Hier einmal über Discover natürlich. Mal schauen, ob hier NeoFetch zum Beispiel im Discover verfügbar ist. Jawohl, ist. Dann kann man das hier einfach installieren oder eben auch mit sudo apts und dann install und dann entsprechend das Programm, was man dann eben haben möchte. Ja. Ich werde das jetzt mal hier rüber installieren. Passwort rein und dann wird die neueste Version eben aktualisiert. Und das Ganze kommt direkt von Debian Stable Main. So, dann ist das installiert. So, doch wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify mal haben möchte? So, Spotify ist gar nicht mit dabei. Da empfiehlt er mir Clementine Music Player. Das finde ich sehr, sehr schön. Was im Prinzip bedeutet, dass wir keine Flatpacks und so weiter hier vorinstalliert haben. Und das ist natürlich sehr schade. Das möchte man natürlich, weil eben so Anwendungen wie Spotify oder ähnliches ja dann doch wünschenswert sind. So, um das Ganze einzurichten, gehen wir hier einfach auf flathub.org. Dann sind wir hier im FlatHub drin mit den ganzen Anwendungen, die man vielleicht so braucht, wie zum Beispiel Lutris oder vielleicht hat einer von euch NordPass, Passwort Manager oder Telegram oder eben hier eben Spotify und Steam. So, das Ganze müssen wir dann erstmal hier Quick Setup machen. Dann schauen wir, ob unser Logo hier mit dabei ist. Ist es nicht. Das Logo sieht ja so aus. So, das Logo ist hier aber jetzt nicht mit dabei. Das ist nicht so schlimm. Also nehmen wir das System, auf das unser System eben basiert. Und das wäre Debian. So, und Debian ist hier. Das ist dieser Kringel da. So, und dann führen wir einfach alles das aus, was hier gefragt wird. Wie das hier abläuft. Also zuallererst. Ja, wir können das ja mal mit F12 hier versuchen. Zack, und dann sudo apt install flat pack. Jawohl. Einmal installieren. So, hiermit pinne ich das jetzt quasi an. So, dann das Plugin, das Gnome Software. If you are running Gnome, dann sollte man das hier. Das brauchen wir nicht, denn wir haben ja KDE Plasma. So, und dann müssen wir noch das Flatpack Repo in unsere Repolisten hinzufügen. Das machen wir mit sudo und dann auch hier mit STRG-Umschalt-V kann ich dann das Ganze hier einfügen. Ja, Flatpack Remote Add und so weiter. Dann einmal Enter. Und dann hat er das auch schon fertig. Und jetzt steht hier Restart System. Das ist kein Problem. Machen wir einmal Restart System. So, wenn wir jetzt aber nach Spotify suchen im Discover, dann wird Spotify immer noch nicht gefunden. Denn jetzt muss Discover ja noch so eingestellt werden, dass es auch nach Flatpacks sucht. Und dazu benötigt es ein sogenanntes Backend für Flatpack. Und wir können da mal schauen, ob es das überhaupt gibt. Discover Flatpack. Ja, wohl, ja wohl, da haben wir es auch. Discover Flatpack Backend. Das werden wir jetzt mal installieren. So, dann können wir jetzt mal schauen. Unter Einstellung finden wir jetzt hier unten Flatpack. Bei den Software Quellen hier unten Flat Hub ist jetzt quasi mit drin. Und dann können wir jetzt mal schauen, ob Spotify mit dabei ist. Und ja, voila, jetzt ist Spotify mit dabei. Und ich kann das hier ganz normal installieren, wie ich das haben möchte. Und jetzt ist es installiert. Und beim Multimedia haben wir jetzt hier Spotify. Und dann kann man sich hier einloggen und sofort loslegen mit Musik hören. So einfach ist das. Neptune OS ist wirklich ein sehr, sehr wunderschönes, schnelles, schlankes und auch hübsches Betriebssystem. Mit allerlei Software bereits vorinstalliert. Vielleicht ein Ticken zu viel. Je nachdem, was die Zielgruppe dann auch ist. Grundsätzlich lässt sich Neptune OS wunderbar installieren, ganz schnell bedienen. Und ist wirklich auch für Anfänger meines Erachtens sehr, sehr gut geeignet. Da man sich eben aufgrund der bekannten Oberflächenstruktur sehr, sehr gut zurechtfindet. Ich hätte mir noch gewünscht, dass Flatpack und auch die Flatpack Integration in Discover bereits vorinstalliert ist. Genauso wie auch die Noto Emoji Ponds, gerade um eben die Emojis gleich verwenden zu können. Denn ich glaube, dass ein Anfänger, der jetzt, sag ich mal, als allererstes von Windows zum Beispiel zu Neptune wechselt, keine Ahnung hat, wie er die Emojis vernünftig angezeigt kriegt, ohne da erst stundenlang zum Beispiel googeln zu müssen. Ja, genau das gleiche mit den Flatpacks. Ja, und auch hier wünsche ich mir, dass Flathub einfach schon vorinstalliert ist und auch alles schon im Discover integriert ist. Ansonsten gibt es hier tatsächlich gar nicht viel auszusetzen. Sehr, sehr schön. Man kann es auch noch selbst designen, wenn man das möchte. Wenn einem die Symbole nicht gefallen, kann man die auch ganz schnell ändern. Oder auch das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Das KDE Plasma Design lässt sich ja auch hervorragend ändern. Vielen Dank.